So, woran erkennt man jetzt den Bärlauch? Der Bärlauch, der wächst als Einzelblatt aus einer kleinen lauchartigen Wurzel. Ja, ist ja auch bei den Lauchgewächsen. Und, wenn man ihn wuschelt, riecht er intensiv nach Knoblauch. Ja, und, wenn man den natürlich um die Jahreszeit progt, dann ist es auch noch recht ungefährlich. Aber dann so in einem Monat oder so, dann gibt es auch schon ein paar ähnliche Blätter, wie zum Beispiel die Maiglöckchen. Aber bei den Maiglöckchen wachsen zwei Blätter gemeinsam. Das eine in das andere gedreht hinein. Das würde dann quasi mehr oder weniger so ausschauen, dass das eine Blatt im anderen drinnen wäre. So unterscheidet sich das Maiglöckchen dann vom Bärlauch. So würde das ausschauen. Das nehmen wir dann nicht. So würde das mal schauen. So würde das mal schauen. So würde das mal schauen. So würde das mal schauen.